Und jetzt kommen wir zum Teil des Corporate Statements. Zuerst ist der Herr Dr. Urs Rügsäger dran von den Gruppen und CEO von SIX. Herr Dr. Rügsäger, Sie haben das Wort. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich ausserordentlich, hier diesen Reigen der Corporate Statements eröffnen zu können. Wie Sie gehört haben, vertrete ich einen Teil der Finanzindustrie. Und ich denke, man kann sagen, dass Digitalisierung und Fintech die Diskussion um die Zukunft der Finanzindustrie dominieren. Man könnte den Eindruck bekommen, dass alle anderen Probleme, mit denen diese Branche kämpft, gelöst seien. Leben wir in einem Hype, erleben wir einen Hype oder ist Fintech bereits Realität? Ein Hype ist für mich dann erreicht, wenn die Berichterstattung massiv zunimmt und vor allem nicht nur in der Fachpresse geschieht, sondern auch in allen anderen Publikationen. Oder wenn enormes Kapital, Venture und Private Equity Kapital in eine Branche fliesst. Und unter diesen beiden Gesichtspunkten muss man wohl sagen, Fintech und Digitalisierung sind ein Hype. Ich glaube aber auch, dass sie bereits Realität geworden sind. Und dies aus drei Gründen. Erstens, und es wurde heute Abend schon erwähnt, die Technologie- und Finanzbranche haben schon immer eine starke Paarung dargestellt, seit Jahrzehnten. Beispiel ist zum Beispiel die elektronische Handelsplattform, also die Aufgabe des Floortradings, die in der Schweiz bereits im Dezember 1995 vollzogen wurde. So gesehen war Fintech immer Bestandteil der Finanzbranche. Zweitens darf man sicher feststellen, dass das Bankgeschäft digitalisiert wird und diese Digitalisierung schreitet mit enormem Tempo voran. Stand früher die Automatisierung und die Effizienzsteigerung im Vordergrund, wird heute die Diskussion dominiert durch die Auslagerung von Prozessen von den Banken an die Kunden oder durch die Nutzung der Intelligenz eben von Regeln, zum Beispiel für intelligentes Order-Routing oder für Handelsstrategien, wie sie aus dem Algorithmic Trading bekannt sind. Und der dritte Grund, weshalb ich denke, dass es Realität ist, ist, dass der Zugang zu Finanzdienstleistungen über mobile Endgeräte, das entspricht einem echten Bedürfnis der Kunden und ich glaube, dieses Bedürfnis wird sich nicht verlieren, das wird nicht enden, sondern das wird den ganzen Prozess weiter dynamisch antreiben. Ist dieser Prozess disruptiv? Ich denke, Disruption ist das zweiteste grosse Modewort dieser Tage und ich meine, es ist heute schwer zu sagen, wohin diese Entwicklungen gehen werden. Es sind aber Trends in meinen Augen erkennbar, die uns zur Wachsamkeit mahlen sollen. Ich habe es bereits erwähnt, die Kundenschnittstelle, Prozesse aus der Bank werden an die Kunden ausgelagert. Dies geschieht über elektronische Kanäle, in der Regel Web-Interfaces und diese Web-Interfaces haben eine Plattform gebildet, die die Eintrittskosten für neue Entwickler, für App-Programmierer massiv gesenkt haben. Und ich glaube, diese tiefen Eintrittsbarrieren werden dazu führen, dass sehr viel entwickelt wird, Start-ups und so weiter. Und die werden eben gerade an der Kundenschnittstelle ansetzen, dort, wo quasi die Musik spielt und wo sich entscheiden wird, wohin die Finanzbranche sich entwickelt. Weiter beobachten wir heute, dass grosse Technologiefirmen das Finanzthema aufgenommen haben. Sei das, indem sie zum Beispiel Zahlungsprozesse auf mobile Endgeräte bringen oder sei das darin, dass sie selber Bankfunktionen übernehmen. Und last but not least besteht Technologie wie Distributed Ledger, die die Charakteristik haben und das Potenzial mitbringen, Schlüsselprobleme der Finanzbranche der Vergangenheit auf sehr effiziente und effektive Weise zu lösen. Das wird zu Veränderungen führen in der Arbeitsteilung auf den Finanzmärkten. Das wird die Marktarchitektur, wie wir das bezeichnen, fundamental verändern. Es wird sicher Gewinner und Verlierer geben. SIX als Infrastrukturprovider steht im Zentrum und ist sozusagen von zwei Seiten gefordert. Zum einen die Veränderungen im eigenen Geschäftsmodell zu absorbieren und zu bewältigen. Stichwort Cybersecurity ist bereits gefallen. Es geht aber auch darum, die steigenden Ansprüche unserer Kunden und deren Endkunde als Folge der digitalen Transformation aufnehmen und abbilden zu können. Das braucht grosse Anstrengungen in die Technologie, um eben die Technologie und deren Vorteile früh zu erkennen. Aber es braucht vor allem etwas anderes. Und es freut mich außerordentlich, dass Professor Wirth auf diesen Punkt hingewiesen hat. Die Infrastruktur war früher reduziert auf Stabilität und Qualität. Das reicht nicht mehr. Heute braucht es eine weitere Komponente, nämlich Innovation und Erneuerung. Aber ohne die alten Tugenden zu gefährden. Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion. Vielen Dank. Ich darf jetzt Herrn Urs Schäppi, CEO of Swisscom, auf die Bühne bitten. Ja, verehrte Damen und Herren, ich bin jetzt der Erste mit drei PowerPoint-Folien. Und was würde ich gerne tun? Ich würde ganz kurz sagen, was ich unter Digitalisierung verstehe. Zweitens auf die Rolle der Swisscom in dieser Digitalisierung hinweisen. Und drittens, und das scheint mir zentral, auf die Rahmenbedingungen, die es braucht, dass man in dieser Digitalisierung eben genau die zweite Spielhälfte gewinnt. Was ist Digitalisierung? Digitalisierung ist viel, viel mehr als einfach ein technisches Thema. Primär verändert es die Geschäftsmodelle. Wir haben Beispiele gehört, Airbnb, Uber, Fintech. Das ist das ganz starke Momentum daran, die Veränderung der Geschäftsmodelle. Auf der anderen Seite, für Firmen hat es die ganz grosse Chance, das Kundenerlebnis zu verbessern. Hier als Stichwort Personalisierung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn Sie heute Fernsehen schauen, dann haben Sie 250 Sender in der Schweiz. Wie hat man früher Fernsehen geschaut? Durchgezappt. Wenn Sie das heute tun, schauen Sie nie mehr Fernsehen. Und jetzt gibt es Empfehlungsmaschinen und die sagen genau, welcher Inhalt ist für Sie relevant. Und dann können Sie viel zielgerichteter Fernsehen schauen. Also Personalisierung ist eine andere grosse Chance für die ganze Industrie. Automatisierung, hinlänglich bekannt. Hier das Beispiel 3D-Drucker. Ein 3D-Drucker wird die ganze Produktionsindustrie digitalisieren. Digitalisieren ist eine Sache der Zeit, bis man Häuser druckt und nicht mehr baut. Und dann eben, es gibt ganz neue Formen der Arbeitsgestaltung. Das also Digitalisierung, der Rolle der Swisscom, ganz, ganz einfach zusammengefasst. Wir wollen die beste Infrastruktur bauen. Deshalb investieren wir in der Schweiz 1,7 Milliarden jedes Jahr in unsere Infrastrukturen. Wenn Sie das hochrechnen und auch mit unseren ausländischen Engagements, dann investiert die Swisscom 20% des Umsatzes jährlich in Infrastrukturen. Und das ist der Pfeiler der Strategie der Swisscom. Nebendran wollen wir einfache, gute Erlebnisse für unsere Kunden gestalten. Das heisst hervorragender Kundenservice. Das heisst einfache Produkte. Und drittens, ganz gezielt in neue Wachstumsoptionen investieren. Weil eine Unternehmung wie die Swisscom ist auch von einem Wandlungsprozess getrieben. Wir verlieren jedes Jahr, nur um Ihnen ein Beispiel zu geben, über 400 Millionen über Substitution und Preiszerfall. Und das müssen wir über Innovationen kompensieren. So, wenn wir in diesem Umfeld leben, ist jetzt die Frage, was braucht es für Rahmenbedingungen? Und ich spreche jetzt aus der Sicht eines Infrastrukturunternehmens. Erstens, und das steht zuoberst, es braucht Investitionssicherheit. Oder es braucht Investitionsanreize. Es investiert kein Unternehmen 1,7 Milliarden pro Jahr oder 2,4 über alles, wenn es nicht Sicherheit hat, dass es diese Investitionen amortisieren kann, monetarisieren kann. Also muss das Umfeld, das regulatorische Umfeld so sein, dass eben Infrastrukturwettbewerb entsteht. Da hat die Schweizer Politik eine sehr gute Rahmenbedingung geschaffen in der Vergangenheit. Viele andere Länder in Europa, die schreien nach Investitionen in die Infrastruktur. Die Schweiz finanziert wegen Investitionswettbewerb alles privat. Also geben wir zu diesen Rahmenbedingungen Sorge. Und hier ein Appell an die Politiker. Macht nicht mehr Regulation, sondern weniger. Dann der zweite Punkt, ich habe dem gesagt, License to Play. Wir leben heute in einem globalen Wettbewerb. Was ist der grösste Wettbewerb von einem alten, traditionellen Produkt der Telekom-Branche? WhatsApp hat SMS verdunstet. Innerhalb von zwei, drei Jahren. So, und jetzt braucht ein traditionelles Unternehmen in diesem Markt, braucht Rahmenbedingungen, die gleich sind wie globale Internetfirmen. Und da spreche ich jetzt beispielsweise über Datensicherheit. Klar, Datenschutz muss gewährt sein. Aber wir müssen die Möglichkeit haben, mit globalen Playern auf der Datenebene spielen zu können. Und das heisst, oder es ist absolut schädlich, wenn man einen neuen Service bringt und dann in der Öffentlichkeit eine Debatte losgeht über irgendwie Daten. Man muss die Daten, die man hat, allen sofort zugänglich machen. Das killt jegliche Innovation. Also wir brauchen Rahmenbedingungen, wo wir mit den globalen Anbietern, das sind Googles, das sind Facebooks und so weiter, kämpfen können. Und es braucht eine Offenheit, es braucht eine Offenheit der Gesellschaft dafür. Es wurde schon hinlänglich von einigen meiner Vorrednern gesagt, es kommt sehr schnell hoch, ja, das ist nicht gut, man macht Angst und so weiter. Und das ist tödlich. Wir brauchen eine Aufbruchsstimmung. Jetzt bin ich eben beim letzten Punkt. In der Digitalisierung sind Ökosysteme der Erfolgsmotor. Wir müssen um unsere starken Industrien, die wir haben und unsere Kompetenzen, Ökosysteme aufbauen. Weil die Branchengrenzen, die verschmelzen, ist ein Apple Pay, was ist das? Ist das ein Handyhersteller oder ist das vielleicht ein kleiner Finanzdienstanbieter? Die Grenzen, die verschmelzen und deshalb braucht es Ökosysteme von guten Playern um Hochschulen herum mit der Industrie. Und dann braucht es eine Aufbruchsstimmung, einen positiven Spirit, wo man auch gewillt ist, sich selbst zu kannibalisieren. Wenn wir das tun, dann bin ich überzeugt, Europa und insbesondere Deutschland und die Schweiz, wir sind in einer hervorragenden Ausgangsposition, um die zweite Hälfte zu gewinnen. Aber es braucht liberale Rahmenbedingungen. Ganz herzlichen Dank. Herr Scheppi, vielen Dank. Ich darf jetzt Samuel Widman auf die Bühne bitten. So, grüße miteinander. Ich musste erst mal einen Schluck Wasser haben. Ich muss eineinhalb Stunden jetzt da fast sitzen. Ja, es ist mir eine Ehre und ich bin sehr froh, heute hier sein zu dürfen. Und Ihnen ein wenig über Google in Zürich, also Google in der Schweiz, nicht in den USA. Und auch über die Start-up-Szene in der Schweiz. So wie auch ein bisschen über mich zu erzählen. Ich bin anders als viele meiner Kollegen, oder ich würde sagen, die meisten meiner Kollegen, eigentlich wie die Mutter zum Kind gekommen. Also ich zu Google. So, das ist eine ziemlich ungewöhnliche Geschichte. Nämlich wollte ich, oder ich hatte nie die Absicht, jemals für eine amerikanische Firma zu arbeiten oder jemals für Google zu arbeiten. Aber es ist halt so im Leben, es kommt immer anders und anders als man denkt. Und meine Firma wurde 2006 von Google akquiriert. Nun war ich so ziemlich der Einzige, beziehungsweise die Firma, um Ihnen das auch noch mitteilen zu können, es ist nicht eine Facebook oder eine WhatsApp oder so, darum eher unbekannt. Auch in Deutschland, weil wir haben vor allem B2B-Produkte gemacht. Aber Endoxon war führend in der digitalen Kartografie, also Technologieführer. Und auch in der Herstellung von diesen Daten, also Geodaten und so weiter und so fort. Und Google hat das gekauft, vor allem mit der Absicht, nicht die Produkte zu kaufen, sondern die Leute, das Know-how. Und ja, ich war da so ziemlich alleine da in der Firma, der das ein bisschen skeptisch betrachtete. Und Gründe dafür waren, meine Vision war, eine Firma zu haben, eine Firma aufzubauen und zu führen, welche global expandieren kann, die digitalen Karten erstellen kann, eigentlich eine Kopie der realen Welt zu machen und damit ein bisschen die Großen zu ärgern. Und in dieser Zeit waren die Großen Google, Microsoft und wie sie alle hießen. Und wir waren schnell und wir waren gut und wir waren innovativ und wir waren immer ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, wir wären da einfach von der Roadmap genommen, wenn wir eine Akquisition haben und können uns dann nicht auf unsere Vision fokussieren, sondern kriegen einen großen Gehaltscheck, was auch schön ist, aber man nimmt eigentlich dann die ganze Vision weg, also der ganze Sinn, wofür wir jahrelang gearbeitet haben. Nun, weil ich war zwar CEO und Teilhaber, aber wie will ich, also wenn alle anderen, wenn die Mitarbeiter nicht mitmachen wollen, wie will ich diese Vision alleine verwirklichen? Also habe ich dann irgendwie widerwillens zugestimmt und habe mir dann gesagt, ja, dann ist es halt so und habe mir als erstes mal in meiner Agenda das Datum markiert, wenn der letzte Retention-Bonus ausgezahlt wird. Also Retention-Bonus sind so Zahlungen, die die Firmen machen bei Akquisitionen, um das Management oder die wichtigsten Leute an Bord zu halten für eine bestimmte Zeit. Und ja, habe ich dann gemacht und habe gedacht, ja, ich plane mir das so rein ideologisch, habe ich mir gedacht, mich vorbereitet darauf, was wird die Zeit nach diesen drei Jahren sein, also drei Jahre nachdem der ausgelaufen ist, was werde ich da in der Karibik unter einer Palme liegen oder was auch immer zu tun. Also rein so gedanklich habe ich mich dann so ein bisschen auf das eingestellt. Nun, in der Zwischenzeit aber, wie Sie auch rechnen können, so von 2006 vor der Akquisition bis jetzt, sind zehn Jahre vergangen. Und ich bin immer noch hier, was nicht ein Zufall ist, sondern was eigentlich wirklich damit zu tun hat, dass ich jeden Tag zur Arbeit gehe und ich würde sagen, nicht jeden Tag super glücklich bin, aber 90% der Zeit, wo ich arbeite, fühle ich meine Vision oder meine Tätigkeit völlig erfüllt. Und auch alle Commitments, die wir gekriegt haben bei dieser Akquisition, also als wir verhandelt haben, wir haben eineinhalb Jahre mit Google verhandelt, weil eben die Schweizer sind ein bisschen langsamer, ein bisschen konservativer und glauben nicht gerade alles und das braucht halt Zeit. Und nichtsdestotrotz haben wir dann das verhandelt und abgeschlossen. Und Larry und Sergei, also die Gründer von Google, haben immer wirklich betont, sie helfen uns, unsere Vision zu verwirklichen mit allen Mitteln, die sie zur Verfügung haben. Und ja, an und an und an und an und an, habe ich gedacht, ja, das meinen sie vielleicht jetzt, aber über die Zeit wird sich das ändern. Aber wenn rückblickend gesehen ist, ist das wirklich passiert. Also wenn Sie die Nummern anschauen von Google früher, also vor zehn Jahren, Das waren ein paar Dutzend Millionen, die das brauchten. Heute sind das eine Milliarde User, die das monatlich einmal abrufen. Und noch fast eindrücklicher ist die gesamte Suche, also die Google-Suche, was unser Hauptprodukt ist. Auf der Google-Suche haben 20% der heutigen lokalen Abfragen einen räumlichen Bezug. Das heißt also, unser Produkt, das wir gebaut haben, wird massiv gebraucht, genutzt, um bessere Resultate für User hinzukriegen und genauere Resultate zu generieren. Und heute in der mobilen Zeit natürlich erst recht viel mehr, weil 30% aller Abfragen auf dem Mobiltelefon haben einen räumlichen Bezug. So, von dieser Perspektive aus völlig, also eine völlig wirklich befriedigende Arbeit oder wirklich, man ist richtig stolz, damit beizusein und so Usern zu helfen, besser von A nach B oder Dinge zu finden oder Dinge zu suchen und das wirklich auf einer täglichen Basis. Nun, andererseits, wenn Sie jetzt die nüchternen Zahlen anschauen, also diese Wachstumsrate, das ist sehr beeindruckend, aber was auch wirklich beeindruckend ist, jetzt aus einer Schweizer Sicht, ist, was Google gewachsen ist in Zürich. Als wir übernommen wurden, haben wir die Anzahl Mitarbeiter verdoppelt. Unter Endoxon waren es etwa 100 Leute und wir hatten da ein kleines Haus, ein schönes Haus, ein Jugendstilhaus in der Zürcher Allstadt, war richtig cool. Und haben dann das verdoppelt und heute sind 1.600 Leute in Zürich aus 65 Nationen. Und das ist schon etwas, was wirklich beeindruckt und Sie können sich vorstellen, also unsere Pläne zu wachsen sind groß. Das haben auch in den Medien gehört, wir haben neue Räumlichkeiten von der SBB gemietet, was fast eine Verdreifachung dieser Anzahl erlaubt. Ja, nun, was mich Wunder nimmt, ist vielleicht auch eine Frage an Sie hier im Raum. Und ich bitte Sie mir da, das anzuzeigen, ob Sie Google, oder ist jemand hier, der Google Maps nicht kennt, also nicht kennt? Gut, da bin ich schon mal beruhigt. Ist jemand hier, der Google Maps häufig nutzt? Das ist schon sehr gut, aber immer noch viel Arbeit zu tun, sehe ich. Und ist jemand hier, der weiß, dass Google Maps, dass wirklich eine große Komponente, einen großen Teil der Google Maps in Zürich hergestellt wird? Ja, das sind schon viel wenige, aber trotzdem einige, also bin ich sehr, sehr froh. Und das ist auch etwas, was ich eigentlich herausheben will. Google Maps basiert auf Komponenten eines Schweizer Startups, das jetzt in Zürich solche Dinge global entwickelt. Also, zum Beispiel die Routing-Applikationen von Google, die werden komplett von Zürich gemacht. Das ist alles, was ÖV-Navigation ist, Flugzeug, Auto, Gehen, was auch immer. Das Team sitzt in Zürich und produziert diese Dienste für einen globalen Markt. Dann eine andere Sache, die auch in Zürich ist, im Maps-Bereich, ist auch diese ganze Internationalisierung dieser Kartenabdeckung. Also, wie kriege ich mehr Daten oder wie komme ich näher zu der Kopie der realen Welt? Und da hatten wir anfangs so die Ausgangslage, dass wir Daten lizenziert hatten. Es gab zwei, es gibt heute zwei oder zweieinhalb globale Provider von diesen Geodaten. Das sind NavTag und Teleatlas. Und an der dazumal haben wir sie gefragt, na, ihr habt einen Fokus auf Autonavigation und habt nur eine Abdeckung von 60 bis 70 Prozent der Welt. Und wir wollen eine Kopie der Welt, also brauchen wir. Habt ihr einen Plan, das zu machen? Ihr hattet 20 Jahre, um diese 60, 70 Prozent zu erstellen. Wir können nicht noch weitere 20 Jahre warten, bis wir bei 100 Prozent sind. Und dann haben wir uns entschieden, ganz viele, das ist alles natürlich nicht skalierbar, lokale Partnerschaften einzugehen, anstatt eine mit einem globalen Provider. Und haben so über 1.000 Datenanbieter oder auch Regierungen an Bord geholt, welche uns die genauesten Informationen über eine gewisse Gegend geben. Und nicht nur im Sinne für die Navigation, also von A nach B zu kommen, sondern vor allem auch die Tiefe der Informationen im Raum geokodieren zu können. Alle Informationen einem Platz zuordnen zu können. Und das ist eines der großen Projekte, die in Zürich gemacht wurden über die letzten neun Jahre. Das war ein Riesenprojekt und ist noch lange nicht fertig, weil Maps ist noch nicht perfekt. Aber wir haben sicher die größte Abdeckung und die größte Tiefe an Informationen mit einem Raumbezug. Ja, Google in Zürich ist auch das größte Entwicklungszentrum außerhalb der USA. Wie Rudi Nose auch gesagt hat, Google macht was in Zürich und ich denke immer wieder, man kann dem Ding, wie auch immer sagen, also man kann dem Google sagen, man kann dem Microsoft sagen, Firmen, denke ich, ändern, Namen ändern. Aber ich denke, Zürich als Standort, diese Leute anzuziehen, diese Leute zu ermutigen, da zu bleiben, Familien zu bringen, die werden nicht weggehen, wenn Google weggeht, sondern das Know-how ist da und auch, ich denke jetzt in Kombination mit der ECH sozusagen das weiter voranzutreiben und auf dem neues Wissen zu generieren, denke ich, das ist wirklich zentral und das ist wirklich wichtig. Dann haben wir natürlich auch in Deutschland ein großes Entwicklungszentrum, das ist in München, da sind die Augen investieren und aufbauen und total in Europa haben wir ungefähr 10.000 Mitarbeiter, also wenn man alles zusammensumiert, aber das größte Entwicklungszentrum ist Zürich, München ist auch einer der großen Hubs und da wird viel, viel gemacht, auch global. Und Zürich hat neben Maps auch andere Bereiche, wo wir tätig sind, das ist Search, also das klassische Search, die Internationalisierung in all diesen verschiedenen Sprachen, das ist YouTube, das ist Gmail, das sind all diese Ads, also alles das Advertising und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das wächst und das wird auch mehr werden. Nun, ja, was wir, oder was ich im Speziellen jetzt bei Google auch mache, ist, also ich leite den Bereich strategische Partnerschaften weltweit und ich freue mich jetzt schon auf die Zukunft zusammen mit Partnern aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft, also eben Schweizer Großunternehmen, aber auch vor allem KMUs oder eben Startups, diese, mit diesen zusammen neue Dienste zu entwickeln, neue Dienste, welche User sehr gern mögen, welche super relevant sind und welche einen großen Mehrwert auch für diese generieren in Zusammenarbeit mit den Partnern. Dann, was auch super wichtig ist, wie ich schon vorher erwähnt, die ECH, das ist wirklich etwas, was uns eigentlich immer neue Nahrung gibt im Sinne von Ressourcenzugriffen, im Sinne von Zusammenarbeiten im Forschungsbereich und das ist sicher super, super wichtig. Und übrigens, ich hatte die Ehre und die Freude von Herrn Professor, also den Vorlesungen von Herrn Professor Wirth beizuwohnen, war wirklich eine riesen Ehre für mich und für mich ist er heute schon eine lebende Legende, ich nehme an, nicht nur für mich, und ich war super erfreut, ihn hier zu sehen, also sieht gut aus, topfit, weiter so. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. And now our last statement is Jack Ramsey with Accenture, the Senior Managing Director. Mr. Ramsey, you can come up to the stage, please. So, good evening. I'm the global Scottish person, bringing a different perspective. I work for Accenture, I've got a global role. We have about 40,000 people engaged in digital delivery globally. I'm running the digital delivery business. So I'm obviously seeing things in different parts of the world. And what is changing is very real. And we have to expect that about half of the European companies, as we know them today, in the global 500, are going to disappear in the next eight years because of the digital disruption. Now, I saw a quote once that said, we didn't do anything wrong, but somehow we lost. We didn't do anything wrong, but somehow we lost. Now, I'm Scottish, so I assumed that was coming from a Scottish football manager because we don't have the best national team. But it actually came from the CEO of Nokia. Now, in 1994, I got my first cell phone, and it was a Nokia. I replaced it with another Nokia, then a Philips. And then after that, I replaced it with a Siemens, then another Siemens, then a Siemens MDA. And then the BlackBerry arrived, and then it's been iPhone, 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 ever since. And if you look at the speed at which the cell phone, especially the handset industry, moved from Scandinavia to Silicon Valley, and the impact that that has had, and how quickly it happened, we need to be very concerned about what's going to happen. Because if we're not careful, we're going to be caught sleeping at the back of the bus. I think somebody said earlier, we've already lost the first half of the game. And I'll tell you why I say that. If I talk to people in Europe about what's going on, what they talk about is intelligent products. And I've heard a lot of that already today. We've got smart products. They're going to be connected to the Internet. They'll be intelligent. They'll do cool stuff. If you actually go, however, to, say, the States, they don't talk about intelligent products. What they talk about is service design and customer experience. And if you look at Uber, which everybody likes to talk about because everybody's scared of getting Ubered, the product didn't really change. It was still a car of some sort coming to take you from A to B. It didn't really change. Amazon is a retailer. They are nothing more than a retailer. They are the best retailer probably in the world. They are a $260 billion company. But they do something different. They never look at their competition. They only look at the customer. They are obsessive about the customer. They will capture a trillion objects of data this year about you guys because they want to know more about you. But the product hasn't really changed. The one that was always hard for me to swallow was the Walkman disappearing because Sony owned the recording stars. They owned the distribution. I mean, put your hand up if you had a Walkman. Right, and they had all of you as well. It's just the young guys that didn't put their hand up. But then when the CD came out, it was the Discman, and then it became the Diamond Rio, and then it became the iPod. Without the CD, there would never have been the iPod, then the iPad and the iPhone, and they have changed the world permanently. And it's because of an obsession with the user experience and the user design. And this is a challenge in this part of the world because everybody is obsessive about product quality, but we've really got to get excessive about the customer experience overall. Because if you only focus on what you're good at today, the challenge that you're going to have is that part of the business may disappear. And I was with an automotive manufacturer. Did somebody bring a sea lion? Thank you. I think we've got to get real on this. I was with an automotive manufacturer recently, and he said, our products are the best, and I'm not worried about this digital disruption. And I said, are you not? Well, it's going to change because the automotive industry is going to be massively disrupted. If you look at what Uber is doing, Uber is laying the foundation and the infrastructure for the entire transportation and travel service, which is 14% of GDP. It's not about taxis. They're just getting started. Think what Amazon was like when they were one year old, and think where they are today, and that's where Uber are going to be. They're going to be in freight and logistics. They're going to be shipping packages for people. They're going to dominate everything in the autonomous vehicle. And let's think about the autonomous vehicle for a second, yeah? Let's imagine Samuel here. He goes into town on the weekend, and his car's going to drive him there because he wants to go to the shop. You want to buy a nice Hermes scarf or something, and your car is going to drop you in front of the shop, and then it's going to do car stuff, okay? You're not going to have to think about parking the car because it's going to do car stuff. It might park itself. It might wash itself. It might refuel itself. It might go to Rife and Deal and change the summer tires to winter tires because it made the appointment itself, yeah? And the tires, by the way, will probably get changed by a robot anyway. And then you're going to come out when you're ready, and the car will show up, and it will take you home, and it will park outside your house until you get out, and there's no parking space for 500 meters, and you don't care because the car will drive 500 meters to find one. Or it will park in your garage, but why would you need a garage anymore? And you won't drive that car, and because you don't drive that car, you will not care about the engine anymore. You're going to have a simple battery pack and a very small petrol engine at best. That's what you will have, and the car will be much cheaper. Not only that, Samuel, you're not even going to buy a car. My wife has an X5 with seven seats. We have four kids. Most of the time, she drives on her own, but she compromises. So when you go on vacation, a different car will take you there because you won't own it. Whatever you need is going to show up. And because of that, planet Earth will need 85% less cars than it needs today. So if you're the best automotive manufacturer in the world, you're going to be making 85% less cars than you used to, and they're going to cost a lot less. And they're not going to wear out because they don't brake and they don't accelerate anymore. Everything is done in a gentle way. It's a big change that's coming our way. The Americans, they did what they did to their motor industry, okay, over the years. But now they're coming back. The Tesla is the most innovative vehicle in the world, and we have to respond to that. It is not an electric car. It is a digital car. So I think we need to be very concerned. But what we must do is start at the basics and say, what is our customer experience? We are here in Germany. Lufthansa is in Germany. You walk into the terminal building, Lufthansa knows you're there because you checked in with your app, okay? They know the flight is late. They know there is no security. And if they're clever, they will have asked Amazon, what did Jack Ramsey look at but did not buy? And they will get me into a shop where somebody can explain the two or three open questions that I've got. Why did they not do that? They tell me the gate has changed. Several times the gate has changed. I'm 51 years old. I can get on a plane. I will find the gate. It's nice that you're trying to make the travel experience better. But you can do other things because you've got my attention this whole time. And every business has to look at when do they talk to customers and how. Now, think concerning Switzerland. Switzerland's a fairly innovative place. We've recently been working, Accenture has been working with the ICT, and we've done an in-depth piece of work with thousands of man-days of SMEs looking at all facets of digital inside Switzerland. The economy, the business, the culture, regulations in government, manufacturing, and so on. Switzerland's not scoring so high in the digital index for manufacturing. It's kind of red. For Industry 4.0, it's nuclear red. But there are other aspects that are scoring very, very high. And this report is available, or the website is available, for you all to go to. It's at digital.ictswitzerland.ch, and it's available now. You can go and have a look because we have to understand, and if you ask any soldier, they will tell you, time spent in reconnaissance is rarely wasted. And I would advise all of you, please take a look at that report because you guys that are in this room are going to be creating the future of Switzerland. You're going to be creating the future of digital. And for all of you, a digital Switzerland is your future. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.